Kurs Norden nach Island in die spannende Metropole Recherweg mit ihrer quirligen Kunst- und Kulturszene. Tief eintauchen in die grandiose Natur an der vulkanischen Bruchzone zwischen der Eurasischen und der Nordamerikanischen Erdkostenplatte. Und weiter nach Grönland zu den Inuit auf ihrem Weg aus der Auseinandersetzung mit der spektakulären, aber unerbittlichen Natur am Polarstrom in die moderne Welt.